Irgendwo, Irgendwie muss doch auch für mich geben. Ein bisschen Liebe braucht jeder im Leben. Ich such nur eine, die zu mir sagt, ob heute bist du meiner, weil ich dich mach. Ich bin heut ganz allein, keiner mag mich. Ich kann nur warnen, weil du möchtest dich nie. Ich hab doch alles, was man haben kann. Doch alles, was ich hab, mich will keiner haben. Irgendwo, Irgendwo, Irgendwie muss doch auch für mich geben. Ein bisschen Liebe braucht jeder zum Leben. Ich such nur jemanden, der zu mir sagt, ob heute bleib ich bei dir, weil ich dich mag. Ich bin heut ganz allein. Niemand mag mich. Ich kann nur warnen und warten auf dich. Ich hab doch alles, was man haben kann. Doch alles, was ich hab, mich schaut keiner an. Nein, warum will mich keiner? Aber Arzt, die wollen die da eh. Die stimmt ja nicht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich ruf die Kuma doch mal. Sie fliegen auf die Liebe und verraten, worauf sie abfahren. Es gibt ja auch die äußeren Werte, die sind ja auch so wichtig. Ja, zum Beispiel. Also so Strohblonde zum Beispiel mag ich nicht. Ich mag eher so dunkelhaarige. Ich finde einfach jeden Tag, wo man keinen Menschen im Herzen trägt, ist ein verlorener Tag. Es fehlt mir einfach eine Eva. Liebesgeschichten und Heiratsachen. Nächsten Montag, ORF 2. K triangulars. 2. 4. 9.